Ich heiße Nikola Heck, bin 18 Jahre alt und spiele im Sturm. Meine bisherigen Vereine waren Thurs Allemdingen und der Karlsruher Sportclub. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen und für mich persönlich verletzungsfrei zu bleiben und ein paar Tore zu erzielen. NBW – Energie braucht Impulse